Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen nun zur lokalen und regionalen Demokratie in der Tschechischen Republik und ich darf den Berichterstattern Emil Carlotta und Herrn Philipp Reisiver das Wort erteilen. Herr Carlotta, darf ich Sie bitten, sechs Minuten darüber zu sprechen. Und vielen Dank an die vorhergehenden Redner, Frau Orlova, Herr Mehl und Herr Bürgermeister Schuster, Präsident des Rates der Gemeinden und Regionen Europas. Herr Carlotta, bitte. Please, you have the floor. Six minutes. Danke. Reisebüro. Reisebüro. Dear colleagues, ladies and gentlemen, it is a real pleasure for me in my capacity as local rapporteur to present the recommendation and the explanatory memorandum on local and regional democracy in the Czech Republic. Our delegation consisted of Monsieur Philipp Reisiver as regional rapporteur, Professor Ivan Smith, consultant and member of the group of independent experts, and myself. I take this opportunity to express my sincere thanks to Professor Smith for his excellent work. Mr. Reisebüro and myself were instructed to visit and submit a monitoring report on the state of local and regional government in the Czech Republic. We have visited Prague, Brno and Belki Osijek between 13 and 15 June of 2011. We have met with authorities at central, regional and local levels, with the President of the Constitutional Court, the Union of Towns and Communities, as well as the Association of Regions of the Czech Republic and also academic experts. Briefly, as a general comment, I should say that since the Czech Republic ratified the Charter in 1999, important progress has been made. The guiding principles of local self-government are secured in Czech legislation. Consultation mechanisms work well and the regional tile of government has been created. During the visit, we had the strong impression that there were no real grounds to persist with the reservation the Czech Republic had made in respect of Article 4 and Article 9 of the European Charter. In fact, we could see that the provision of these articles were already being adopted. They concerned discretion in adapting delegated powers, local taxes, equalization and consultation for redistributed resources. In our recommendation, we draw the government attention to certain points that could be improved. One of these concerned the fragmentation of the quite high number of municipalities. This creates difficulties for efficient delivery of services. Local taxation is another one. Municipalities would benefit from a genuine system of local taxes where they can determine the tax rate. Administrative control of municipalities is another important issue. Because coordination is not sufficient and procedure is not simple, local authorities are overbunded trying to provide various government agencies with data. After the visit, we received comments from the Ministry of Interior, which will be found in Appendix 3 of the report, which I think is an encouraging example of good communication. The government announces welcome developments. We know that a new control procedure code and a new system of financing for public administration is in preparation. An amendment to the law on budgetary allocation on taxes aims to improve the imbalance in the allocation of tax revenues between large and small cities. A new law on civil servants in public administration will specify the working condition of civil servants. The government also comment on our analysis of the fragmentation of municipalities and hope that our recommendation to gradually reduce the number of municipalities in the Czech Republic will encourage municipalities who resist the idea. I would very much like to hear from Czech colleagues who are here today, if possible, what they think about this issue. As we got regional issues, I will leave that subject to my colleague, Mr. Vesilvo, to explain. We propose several recommendations to the Czech authorities, some of which are as follows. To find a consensus with the municipalities and their associations to gradually reduce the number of municipalities. To coordinate and simplify the overall system of administrative supervision. To formally recognize in a law that the procedures which would provide the details of the consultation process, ensuring that such a consultation takes place in due time and in appropriate way as stipulated by Article 4 on the Charter. To ratify the provisions of Article 4 and 9 of the Charter, on which reservation had been formulated since these are de facto operational. And finally, to sign and ratify in the near future the additional protocol to the Charter on the right to participate in the affairs of local authorities. Dear colleagues, I thank you for your attention. I am at your disposal for any questions. And now I give the floor to my colleague, Philippe Rousseveil. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, I would like to raise some further points, in particular concerning the regionalization process and on trans-frontier cooperation. As a general comment, as my colleague Emil Carlotta has mentioned, there has been important progress in securing the guiding principles of local self-government in legislation in the Czech Republic since they ratified the Charter. The creation of a regional tier of government, which was already mentioned in the Congress recommendation of 2000, has been achieved. Various laws have been enacted concerning the regions, their budgets, councils, and financial control. There are now 13 regions in the Czech Republic, not including the city of Prague, which is both city and region. As to the financial situation, the regional budget revenues originate from taxes that are levied, that are raised nationwide, from which they receive a percentage. This percentage is defined centrally after a consultation with the Association of Regions. They also have additional resources from various sources, including the European Union structural funds. Our meetings with our interlocutors left us with the impression that there is still room for improvement concerning the regional tier, particularly as regards the dependency on the central government when it comes to the extent of their tasks and financial resources, and clarifying the relationship between the regions and the major towns, except for Prague. As regards trans-frontier cooperation, one of the recommendations was the promotion of cooperation at local, regional level, and also to explore the possibility of signing the additional protocol to the European Outline Convention on Trans-frontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities. Although the protocol has not yet been signed, the main trans-frontier projects the Czech Republic is involved in, with Austria, Poland, Slovakia, Hungary, and Germany, are evidence that an active cooperation policy is in place. This is why, in our recommendations, we reiterate the invitation to the Czech authorities to sign and ratify the additional protocol to the Trans-frontier Convention. Dear colleagues, we encourage you to adopt this draft recommendation, which, in our opinion, reflects the situation well and provides sound proposals to the Czech authority. We thank you for your attention and we are at your disposal for further clarification. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, dear colleagues, first of all, I would like to express my thanks both reporters, experts, and other cooperating people for a very good work. The result is really, the result is really very interesting. It seems so, reporters did not visit Czech Republic only for several days, but it looks as if they lived and worked in my country for a very long time. It is a very nice feeling to read that my country deserves praise for the considerable progress accomplished since the last monitoring mission. But to be honest, I have to say that the critical parts of this report are also proper and true. The report was very informative even for me. It means that the report is not shallow, but a very deep probe into Czech self-governing and not only self-governing life. I can totally agree with conclusions of this report, also with recommendation, and with the part which is named Information Note on Human Rights at local and regional level. I can also inform you that there are not any comments from the side of Association of Regions of Czech Republic, nor from Union of Towns and Municipalities. At the end of the report, you can read comments compiled by the Ministry of the Interior of the Czech Republic. It is understandable because most of criticism contained in this report points at the level of the Czech state. From my point of view, I am a mayor of a relatively large town. I understand the comments. Especially the problem of fragmentation of municipalities is very difficult to solve. However, the situation is sometimes even funny. You can find municipality in the Czech Republic which numbers 28 residents. It has office in former bus station and the municipality is in operation without any employee. Only the mayor comes as a volunteer on Friday afternoon to solve problems of the village and at the end of the year he hires an accountant to collect invoices. But it doesn't mean that the people are not happy. Just the system is not professional and costs more money I have to say. This is a typical problem for the Czech Republic. We can call it briefly too many, too small. And it is not only about municipalities. But a lot of people have a very bad experience from the time of communism. They don't believe that their small village will be managed well from a big neighboring city. It will be very, very difficult to change their minds and to solve this problem without using power. So, forgive me please this small look into Czech municipal folklore and let me finish again with thanks to Mr. Calota and Mr. Sever for their work which is very sensitive to Czech surroundings. Thank you very much for your attention. Thank you for this wordmeldung. It's there is no further wordmeld to me. It is kein Abänderungsantrag eingelangt. Der Vertreter der tschechischen Delegation hat hier erklärt, er ist mit allen Schlussfolgerungen einverstanden. Somit auch ist Ihre Frage beantwortet. Er teilt Ihre Meinung, es gibt zu viele, zu kleine Gemeinden. Auf der anderen Seite haben wir ein Demokratieproblem, wenn wir sagen, die Bürger sollen entscheiden, ob Gemeinden zusammengelegt werden oder nicht. Es ist oft schwierig zu entscheiden, welcher Weg der günstige ist. Es gibt auch sehr gute Gemeindekooperationen, aber ich danke Ihnen für Ihre Wortmeldung. Es spricht für die Qualität des Berichtes, dass keine Abänderungsanträge gestellt wurden. Ich darf mich bei den beiden Berichterstattern, Herrn Reservoir und Herrn Carlotta herzlich für Ihre Arbeit bedanken. Wollen Sie noch einmal darauf antworten? Nein. Herr Präsident des Monitoringberichtes, auch keine Stellungnahme. Bitte sehr kurz, if you want. Herr Präsident des Berichterstattern, ich denke, es ist ein sehr guter Berichterstattern. Wir haben auch gehört von der Tschechischen Republik. Wir haben neue Änderungen. Ich persönlich bin sehr glücklich, dass wir die Appendix von 1. Information, note on human rights at local and regional level. Thank you very much for the appendix. Vielen herzlichen Dank, Herr Molin. Das trifft ja einen Schwerpunkt unseres Kongresses, dass wir eine verstärkte Anstrengung über Unternehmen, um die Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene umzusetzen. Und wir auch im Endvernehmen mit dem Monitoring-Ausschuss auch gesagt haben, dass nicht nur die Charta der lokalen Selbstverwaltung, sondern einschließlich auch die Menschenrechtsproblematik in die Monitoringberichte eingebunden werden. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Betrachtung, zur Abstimmung über die Empfehlung. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Wir wollen nun abstimmen. Sie kennen das System. In Ihrem Abstimmungsapparat drücken Sie eins für Ja und zwei für Nein. The vote is open and therefore you can vote. One, yes and two, no. The vote is closed, I think. How it is the result? Yes. Yes and no. Vote again. Please vote again. Yes, one. Yes, the vote is open. Yes. Yeah. The vote is closed. Yes. 84. No. Yes. All agreed. No abstentions. Ah, against one and two abstentions. Jawohl. We are now, we have only the recommendation. So the draft recommendation contained is adopted. Yes. The draft recommendation contained in document CG 22.6 is adopted. We are now at the next item. Building the European Alliance of Cities and Regions for Roman Inclusions. Sie wissen, dass wir uns hier im Kongress sehr intensiv und oft mit der Frage der Roma auf lokaler und regionaler Ebene beschäftigt haben. Wir wissen, wie schwierig die Situation der Romas in manchen Nationalstaaten ist, wie schwierig auch die Situation der Roma auf regionaler und lokaler Ebene ist. Es ist wichtig, dass hier eine europäische Allianz nunmehr geschlossen wurde. Wir haben sehr oft darüber debattiert und ich darf jetzt die Debatte eröffnen. Ich darf Mr. Ken Davy, from the Open Society Foundations, an institutional partner that provides notably financial support to this work, welcome. I am also pleased to welcome Mrs. Dusica Davidovic, Member of the City Council of Niš in Serbia, who participates in the core group for the launch of the Alliance and who will share with her City Section for Roma Inclusion and her vision of the future role of this Alliance. Finally, I welcome our colleague and thematic Rapporteur, John Wormisham. I first give the floor to Mr. Kenneth Davy. Please, you have the floor. Thank you, Chairman. When I am described as a representative of the Open Society Foundations, I am actually a member of the board of a thing called MTM, which means making the most. And it is short for making the most of European Union structural funds, because it is an Open Society Foundations Programme, which is funded by George Soros, managed from the Open Society Foundations in Budapest. And its purpose is to help Roma communities benefit from European Union structural funds. It does this through national partners, which are voluntary organisations or consulting companies, varying with the country, which are contracted by the Open Society Foundation to help municipalities prepare eligible applications to the managing authorities in the individual countries responsible for the European Union structural funds. And these are funds like the European Social Fund, the European Regional Development Fund, and so on. The programme funded by Mr. Soros also provides the municipalities with additional finance to cover those costs of attracting the European Union funds, but which are not eligible for reimbursement by the European Union. And it also helps with bridging finance, because the condition of most of the structural funds is that you have to incur the expense and carry out the project before you can get reimbursement from the European Union. The making the most programme also provides staff training for municipal staff who are responsible for preparing applications, and it provides them some mentoring, not only during the project preparation, but also during the project execution. The making the most programme also undertakes considerable amount of advocacy, both at Brussels and also at national headquarters. Advocacy on the content of European Union structural fund programmes, what sort of things are eligible for funding. And secondly, and perhaps more importantly, on the procedures, because it's very often the procedures which make it most difficult for the municipalities concerned to actually access the funds. The making the most programme is fully operational now. It's been going for a couple of years, three years actually. It's fully operation in four new member states. That's Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. It's generated over 300 European Union funded projects, worth a total so far of 27 million euros. And it covers projects for education, for employment, for healthcare, for infrastructure, small scale local infrastructure, and now most recently it's been extended to housing. The programme is also in the process of extension to the Western Balkans to candidate countries, because there is some pre-accession funding, IPA funding available to some of the candidate countries in the Western Balkans. And it is, we now have national partners active in Albania, Croatia, Macedonia, Montenegro and Serbia. Why is this information being given to you in the context of this debate? It's because there is much parallel to the work, or the proposed work of the Alliance. And indeed, we have found it advisable to try and build up a similar network of municipalities which have been active in the pursuit of and use of European structural funds. As I say, the main work is done through the consulting work of the national partners. But now, as an addition to that, we are in the process of setting up a network of, in each country, of municipalities who have been active in the use of these funds, and who are active generally in the promotion of Roma integration. The new program, which is designed to use municipal experience to extend the aspiration, the ambition, to get European structural funds, and also to spread good practice. It's initially aimed at the four states where the program is well established. That's Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia. And the first effort, which is just underway now, is to collect examples of good practice from municipalities in those four countries. And the aim is to have these collected for presentation at a European Union awards ceremony, which will be held in Budapest in October, and where the awards will be made by Commissioner Andor, of the European Union, who is, in a sense, very much the patron of this initiative. The hope is that this process of identifying and collecting good practice will lead to the formation of national chapters, of mayors, municipalities, active in Roma integration. And these chapters will provide training, exchange of experience, peer review, and practical assistance to members, individual members, seeking external funding for Roma integration programs. This obviously is very parallel to the ambitions for the Alliance. And I'm pretty certain that an appropriate time, when we've got these national chapters underway, and when you have begun to get the Alliance underway, that there will be scope for discussion to see how the national chapters and their members in the individual countries could fit in or contribute to the Alliance. I don't think we have reached the stage yet where we have very much to offer on that, because this program has only just been adopted. And as I said, the immediate ambition is to get these participants identified for the awards ceremony in October. But it obviously has potential for contribution to the ambitions of the Alliance. And we look forward to the stage where our chairman, Carmen Mijer, and the project managers, would be in a position to discuss these things with the Congress. Already there is considerable collaboration between our program and the Council of Europe, and it has particularly surrounded the program for training Roma mediators, which is something to which MTM and its staff have been contributing resources in the Eastern European countries, Central and Eastern European countries. and indeed we also provided suggestions at a recent meeting here on how the Roma mediator program could be improved, and I believe those suggestions were adopted and are in process. So already there are certainly links between the MTM program and the GALP Council. Our program, of course, is aimed particularly at the European Union funds. It has, in a sense, a more narrow and focused target. But, at any rate, we look forward to the continuation of this and widening of this cooperation, and particularly in respect of the objectives of the Alliance. Thank you very much!! Thank you very much Оказыв�! Sehr geehrter Herr Dewi, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich möchte mich bedanken bei dem MTM Board und ich bitte Sie die besten Grüße Ihrem Präsidenten Kalman-Michel zu übermitteln, der ja sehr aktiv beim Gipfel darüber gesprochen hat. Ich erteile nun das Wort Frau Davidovic, sie kommt aus der Stadt Nisch. Die Stadt Nisch hat einen wichtigen Beitrag in der Vergangenheit geleistet zur Integration der Roma. Ich erteile Ihnen das Wort und würde bitten, etwas kurz zu sein, weil wir die Tagesordnung noch beenden müssen. Und ich muss schließen, wenn die Dolmetscher zu Ende sind. Bitte, Frau Davidovic. Thank you, Chairman. Dear colleagues, from June 2008 to June 2009, Serbia presided to Roma Dekat, the Joint Initiative of the Southeast and Central Europe countries, which has lasted from 2005 and has been aimed to improve Roma position. Their education status, living conditions to include them in the labor market to improve their hattel and thus help extend the years of good hattel. Low level of education of Roma is playing center role in the explanation of their bad position. It is noticeable that lack of knowledge contributes to negative influence of Roma population hattel on insufficient consequences about preventive health protection as well as about available health protection services. Combination of high birth rate and short life Spain implies that Roma population is younger compared to the rest of the population and in speed, the insufficient statistical data of Roma population health. It is clear that the rate of mortality of newborn Roma children and children in general is higher compared to the rest of the population. Also, the mortality rate of Roma population remains high through the whole their life, often due to the infections of the respiratory and digestive organs, as well as skin disease that are practically frequent. The observation of National Employment Service is that Roma are not very interested to educative training because of their material situation, although all the programs are free or courage. From individual discussions with them, we learn much about their life. They mostly live in unsanitary condition, have greater number of children deal with collecting secondary raw materials and street cells. A small number of them complete high school and only three registered Roma have university degree. In the recent year, hattel care center niche has been involved in two ministry of hattel projects related to Roma population health protection, improvement of Roma health and for better Roma life quality. In the recent year, 25% of the total number of desidate children preschool and school age were Roma children. Very often the situation is that parents refer to the health care center mostly only when their children are sick, which means that a number of children is not included in private and systematic and controlled health examination of the certain age. Local SAF government has a general commitment to promote and encourage social inclusion of Roma, and the activities undertaken so far has been based on the project approach in the fields recognized as a priority after joint analysis with Roma population representatives. For some of these projects, Local SAF government allocated full means, and for other projects, Local SAF government just participate in financing by allocating a part of budget means. Up to now, the comprehensive local program of Roma inclusion has not been developed yet. The measures to active employment politics include also Roma employment. Engagement in public works represents one of the measures where within each project requiring unqualified workers, 25% of Roma is included. The greatest number of employment in Roma is present in public utility campaigns. Among other measures, there are also programs for Roma education and literacy for acquiescing so-called functional education as well as various training. Minus results of such projects are developed database about Roma people and their needs of the territory of City Municipality, Cervini Kirst, where Roma people's settlements are located as a basic for future project planning. Improved access to information and different education scores for Roma children in Mahala. Settlement internet created preconditions from legalization of whole Roma settlements. Improved level of understanding and sensibility of local public for Roma people. Employment problems and increased number of employed. Improved understanding of rights and manner to access to rights. They were based on the overall analysis of all relevant circumstances. Marginalization of Roma citizens is complex and multilateral and it manifests in true, for example, high employment rate and non-realization of civil rights. Low level of education among Roma people has a central role in explanation of their bad position. Like this, general equality of Roma women compared to Roma men greatly comes from an equal level for education. Statistical research and production of poll with data about Roma people on the territory of Municipality of Cervini Kirst in Nish within the CAD of Roma people released in cooperation with OSE. Means in the amount of 10% of total value on project wear provided from the local budget. Internet center Roma Mahala project released in cooperation of municipality, NGO, RTV, Nishava and Philip Morris. The municipality participate in the legalization of Roma settlements together with the Ministry of Human and Monetary Rights. For Roma settlements, Belgrad Mara, Šljaka, 12 February, means for the legalization procedure were approved. This is only municipality that participates in the project of legalization of whole Roma settlements, not individual residential facilities. After the legalization of settlements, it will be continued with the legalization of the facilities. Urban plan is being done at the moment in cooperation with the Ministry on Environmental Protection and Special Planning, and it was adopted in 2009. City Municipality of Palilu La Creole recognized the need for the development of different initiatives in the area of social inclusion of Roma people. Until now, newly formed municipal government has dealt more with determining needs of Roma community, and what is to come is to plan, educate, support, development, and realization of certain projects in partnership with Roma NGOs and later development and comprehensive development program and anticipate in the beginning as a reply to defined priorities. At the moment, representatives of local administration do not plan preparation and adoption of strategic documents and action plan for Roma people on the territory of Palilu La Municipalities. According to the available data project, Raising Human and Technical Abilities of Local Administration to European Level has been released, and it was financed by UA through EIR, and it was implemented by Standing Conference of Town and Municipalities through Exchange Program. Result published guides through Municipal Administration of Municipality of Palilu La, which was printed both in Serbian and Roma language. The purpose of this guide was to facilitate access to service of local self-government for citizens of both nationalities, other initiatives. They applied for the program of public works and partners with City Administration, Palilu La, Roma Women Association, Auschwitz, Gerontology Center, and National Employment Service for works in the area of social, humanitarian, and other fields, health, education, assistance to already people, children, socially vulnerable groups, and individuals, protection, and preserving of cultural heritage and archaeological findings, different kinds of work in theaters, museums, libraries, and tourism, input to the electronic data processing, and data marketing in other. Special attention was also given to the children who live on the street by opening a so-called drop center. Also, Nis is one of the first town in Serbia which will build a recycling center providing new job position for local Loma people. In cooperation with the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, we recognize priorities, and we will work together on Loma inclusion in all fields. Thank you very much for your attention. Thank you. Mrs. Davidovic, jetzt ist Herr Wormischem am Wort. Herr Wormischem war der Berichterstatter letztes Jahr über die Situation der Roma in Europa. Aufgrund seines Berichtes haben wir letzten Oktober eine Resolution und eine Empfehlung beschlossen. Herr Wormischem hat auch als Moderator und Berichterstatter beim Gipfel der Bürgermeister in der Roma Angelegenheit teilgenommen. Herr Wormischem ist als Stand aus der Gemeinde Seelfort im Vereinigten Königreich. Diese Gemeinde hat eine Reihe von erfolgreichen Projekten zur Roma-Integration geleistet. Herr Wormischem, bitte, ein bisschen kurz, denn die Zeit ist vor Ort und ich muss es sich um das zu Ende des Monitoren bericht. Please. All right. Thank you, Mr. President. Colleagues, first of all, can I thank you for staying for something that you know, a subject that's close to my heart, as many of you have heard me speak on this subject before. As the President reminded us, at our previous session, we adopted a comprehensive Resolution on the Situation of Roma, proposing local and regional action in a number of areas to bring about improvements at the grassroots level. The Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion, with the core group, is in the process of putting together, will be a practical vehicle to drive the implementation of this resolution. This will be, therefore, a concrete follow-up, not only to the Summit of Mayors on Roma, but also to our own proposals. The work in the core group also represents an excellent example of transversal cooperation, as we are working together with the Special Representative of the Secretary-General for Roma Issues, with representatives of cities and regions themselves, with experts on the subject, as well as with institutional partners. In particular, the Assembly of European Regions, Open Society Foundations, as we have just heard from Mr. Kenneth Davey, and the European Commission, with which we have had discussions during the first meeting of the group. The modalities for the participation of Roma organisations and other civil society partners are also being discussed. Since its inception following the Summit of Mayors, the core group held two meetings, on 9th December and on 22nd February, will mark considerable progress in defining the concept and mandate of the future Alliance, its structures and the scope of membership, as well as the range and type of activities that it will carry out. The Alliance will be a flexible framework for exchanges of experience and provision of specific services, a kind of umbrella framework, serving as a platform, not only for individual cities and regions, but also for existing networks and initiatives in the field of Roma inclusion. It will be based on a peer-to-peer approach, focusing on responses to specific needs of each community, in a manner which could be described as an a la carte menu, rather than a one-fits-all. We have just sent out a questionnaire to cities and regions to assess their concrete needs and priorities and to establish their preferences in the type of activities the Alliance could carry out. It is already clear that these activities will be both thematic, focusing on specific areas and transveral, mainstreaming specific issues in those areas. The main objectives of the Alliance will be to improve local and regional capacity for project implementation and to help secure the funding for these projects, in particular from EU and international donors. We have already received a strong expression of support for the Alliance project from several Council of Europe member states. The European Commission, which received during the last months the National Strategies for Roma Inclusion of its member states, has also expressed interest. The Alliance is particularly timely as the new programme period for the European Social Fund will start next year, with a particular emphasis on the involvement of local and regional authorities in Roma inclusion. Another important boost to this project is the Committee of Ministers' reply to our October recommendation on the situation of Roma that was adopted exactly a week ago on the 14th of March. This is a very positive reply in which the Committee of Ministers welcomes our proposals to launch the Alliance and also notes with interest our proposal to national governments to set up a European programme for capacity building at a local and regional level to complement the Roma Mediators' Training Programme known as ROMEED. In its reply, the Committee of Ministers agrees that local and regional authorities have important roles to play in supporting Roma inclusion and that they should be given the capacity to effectively implement policies at their level. The Committee has therefore invited Member States to give due consideration to the various suggestions made at the Congress. Dear colleagues, this shows that our initiative to establish the Alliance is timely indeed. It is timely because the situation of the Roma, the last single marginalised group in Europe, remains an affront to our democratic ideals and values. It is timely because national strategies for Roma inclusion requested by the European Union will have to be implemented in our local and regional communities. Finally, it is timely because there is an awakening at European national level and grassroots levels that something has to be done to improve the situation. The numerous activities are already underway. We have just heard testimonies from the City of Nys and the Open Society Foundations about the action taken at grassroots. I can add to these experiences from my hometown in Salford where we have just set up a young person's Roma football team and they have actually formed themselves and they are that good that they have actually gone into a football league. We are hoping to find the next Lionel Messe who will then sign for my club, Manchester United and will save us millions of pounds and will help us win the Champions League. We also, which is a really positive thing, is we have an awards ceremony for young Roma people that have achieved in education. This is held at the university and it doesn't matter what they've achieved but if they've been to school and received education they get a certificate presented to them either by the mayor or a celebrity and to see those young children, the Roma children, actually getting that certificate and feeling that they've achieved is fantastic. It's something that I would encourage other municipalities to do. that are dealing with the Roma situation to come forward and express your interest in participating in the Alliance whose launch is being planned for September this year. Together, we can move this project forward and make it the success that it deserves to be. So I would make a plea that you do come forward and join this Alliance. And once again, you know how passionate I am about this and the Roma situation. You know, it's not going away. We, as the Congress, still need to do things at the grassroots level to make sure of Roma inclusion. I thank you for staying and listening to me. I thank you, Mr. President. Vielen Dank, Herr Wormesheim, für Ihren Bericht und für Ihre Arbeit in der Roma-Integration. Sie sind uns ja sehr gut bekannt und Ihr Engagement ist beispielhaft. Ich erteile das Wort Herrn Werenczer und darf bitte die Diskussionsbeiträge doch innerhalb von drei Minuten abzuwickeln. sonst muss ich die Liste schließen. Herr Werenczer, bitte. Grazie, Presidente. La relazione che hanno fatto i colleghi è una quella della problematica dell'inclusione dei Roma è una delle emergenze e delle situazioni importanti che rivedono la vita dei cittadini e delle istituzioni. I programmi portati avanti dal Consiglio Europa così come sono stati illustrati sono dei programmi importanti che vanno soprattutto verso la finalità di introdurre anche da un punto di vista culturale queste popolazioni che hanno bisogno di avere un aiuto di avere un sostegno soprattutto in un momento in cui ci sono anche delle difficoltà economiche. Quello che mi sento di dire come anche rispetto all'esperienza e ho avuto modo di seguire sia la conferenza dei sindaci sui Rom che anche ai seminari che ha organizzato il Consiglio Europa in Italia e quello che mi sento di dire è di consigliare quello di tenere maggiormente in considerazione le realtà delle autonomie locali e le realtà della situazione degli enti locali a volte è capitato anche in Italia che si organizzano questi corsi magari si va verso il coinvolgimento di associazioni private noi abbiamo necessità che da un punto di vista istituzionale queste misure che vengono adottate che vengono portate dal Consiglio Europa vengono devono essere ci deve essere un coinvolgimento degli enti locali che sono i primi attori delle politiche delle città e quindi mi complimento per il lavoro che stanno svolgendo si sta svolgendo su questo settore da parte del congresso ma c'è bisogno ecco di una maggiore collaborazione quindi condivisione tra Consiglio congresso e le autorità locali siamo penso sulla strada giusta e quindi volevo sottolineare ancora una volta l'importanza dell'inserimento nel tessuto sociale delle comunità grazie 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 Herr Tamilos Michael aus Griechenland. Είναι ένα δίκτυο που απαρτίζεται από 60 δήμους της Ελλάδος, που συγκροτούν και έχουν 125.000 Έλληνες πολίτες Ρωμά και έχει ιδρυθεί από το 1995. Η εμπειρία είναι ότι όταν υπάρχουν εθνικά δίκτυα δήμων υπό την αιγίδα της κεντρικής ένωσης των δήμων κάθε χώρας, τότε ακόμη και στους πιο δίστροπους δήμους, εκείνους στους δήμους που υπάρχει αντίδραση για τη συνεργασία σε θέματα ενσωμάτως στο Ρωμά, μπορούν να επιβληθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές. Το πρόβλημα δεν είναι με τους καλούς δήμους που οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια θέλουν να εφαρμόσουν τις πολιτικές. Το πρόβλημα είναι με αυτούς τους δήμους που δεν θέλουν να εφαρμόσουν τις πολιτικές, που δεν αποδέχονται την ενσωμάτωση, που εφαρμόζουν πολιτικές εκδίωξης ή άλλες πολιτικές ρατσιστικές εναντίον των Ρωμά. Τι γίνεται με αυτούς. Ο μόνος τρόπος είναι η συμμαχία που θα γίνει τώρα και την οποία θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό βήμα η νέας πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Κογκρέσου, να παροτρύνει τα κράτη-μέλη και τις κεντρικές ενώσεις των δήμων κάθε κράτους να συστήσουν δίκτυα μέσα σε κάθε χώρα. Τα οποία να αποτελούνται από τους δήμους, οι οποίοι έχουν όλοι οι δήμοι όσοι έχουν Ρωμά. Έτσι λοιπόν, οι πολιτικές που θα υλοποιούνται, δεν θα μένουν μόνο στο προαιρετικό επίπεδο των καλών δήμων που θέλουν να εφαρμόζουν πολιτικές, αλλά θα πάνε και ακόμη παραπέρα. Δεύτερο και τελευταίο θα ήθελα να πω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες για το θέμα αυτό, προτείνω η συμμαχία να θεσπίσει και να συγκροτήσει ένα παρατηρητήριο για την εφαρμογή των πολιτικών για το Ρωμά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξουμε μια βαθμολογία, παράδειγμα με Άριστα το 100, αποτελούμεν από κάποια κριτήρια και να αξιολογούμε τους δήμους κάθε δύο-τρία χρόνια, πώς εφαρμόζουν τις πολιτικές αυτές, ποιοι δήμοι είναι οι αξιολογότεροι και ποιοι είναι αυτοί που δεν συμμορφώνονται. Έτσι λοιπόν θα συγκροτείται μια λίστα και οι δήμοι που θα είναι στην ουρά, που θα είναι αυτοί που δεν συμμορφώνονται, θα βλέπουν ότι πραγματικά έχουν κάποιες επιπτώσεις, ας το πούμε, σε όλη την Ευρώπη, γιατί αρνούνται να εφαρμόσουν ή δεν υιοθετούν τις πολιτικές μας. Είναι ένα μέτρο αποτροπής, ένα μέτρο συμμόρφωσης των εκάστον δημοτικών αρχών στις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Και θέλω επίσης να πω ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Επίτροπος, ο κύριος Χάμαμπερ, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά δυστυχώς η συνεργασία με τις ομοσπονδίες των Ρωμά σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια κάθε χώρας δεν είναι εύκολη. Είναι πάντα εποχιακή, δεν έχει βάθος, δεν έχει συνέπεια κάθε φορά, δεν εξελίσσεται. Μπορούμε να έχουμε εφήμερα αποτελέσματα και μετά να τα χάσουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής παρεμβαίνουν, θα πρέπει να λειτουργήσουν μέσω των Δήμων και των δικτύων των Δήμων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE the high rate of unemployment and thus the depending on social security. But also things like criminality, prostitution, discrimination and hindrance. Besides, there is a high rate of school absence, particularly from the age above 12. Municipalities are the first responsible layer of government in tackling the problems. The Dutch national government also acknowledges the urgency to face these challenges. The Association of Dutch Municipalities, the VNG, created the Platform for Roma Municipalities in 2009. And currently 12 municipalities participate in the platform, gathering both locally elected officials and professionals. And the platform supports municipalities in the exchange of knowledge and coordination. Moreover, the platform serves as a joint voice towards the central government. The municipalities of the platform have made available extra funds to prevent dropout school at a very early age. Avoiding early dropout of school is the methodology of the Roma platform to finding answers to related challenges, such as education, work and income, living conditions and criminality. Besides, the program to stop child abuse within the Roma communities is being implemented by four municipalities in a very successful way. Recently, a group of the Ad Hoc Committee of Roma Experts visited these municipalities and the report of the findings of the Carom delegation will be available in next May. The particular strength of the Roma Municipalities platform is that it is looking for sustainable, practical solutions. Its strength is that it really defines the issues and challenges, which also makes it possible to put the challenges on a national political agenda to ensure that a real action plan can be developed towards improving the living conditions. As agreed by the EU Member States, a national Roma strategy has been set up by the national government and this Roma strategy will be debated tomorrow in the Dutch Parliament. Thank you very much. Danke, Frau Kollegin. Ich darf mich bei allen Debattenbeitragsleistern bedanken, wie auch bei den drei Berichterstattern. Man hat nicht nur gemerkt, dass Sie hier einen guten Bericht vorgetragen haben, sondern dass Sie persönlich engagiert sind in dieser Frage. Ich möchte Ihnen für dieses Engagement herzlich danken. Wenn ich einen persönlichen Kommentar dazu noch geben darf. Ich habe oft den Eindruck, dass die nationalen Regierungen oft verbal ein großes Verständnis für die Integration der Roma äußern, dann die Zuständigkeit an die Gemeinden und Regionen delegieren und dann beklagen, wenn zu wenig geschieht. Wir müssen die nationalen Regierungen auffordern, einen wesentlichen finanziellen Beitrag den Kommunen und den Regionen zu leisten, die vorbildhaft hier in Best Practice Modelle entwickeln, die die Integration der Roma fördern. Diese Bevölkerungsgruppe in vielen Ländern Europas hat in der Geschichte schon sehr viel mitgemacht. Und es ist höchste Zeit, dass eine gemeinsame Solidaritätsanstrengung aller Länder passiert. Es ist gut, was in den europäischen Fonds zugewiesen wird an Hilfsleistungen. Aber wir sollen darauf hinweisen, dass das an und für sich eine Notwendigkeit ist und kein Almosen sein darf. Es muss eine substanzielle Hilfe für die Gemeinden und Regionen zur Integration geben. Dann kann man auch die Gemeinden und Regionen zu Maßnahmen zur Integration verpflichten. Ich wollte das also hier eindeutig einmal auch festgestellt haben. Vielen herzlichen Dank Ihnen für die Berichterstattung und Ihnen allen für Ihre Beiträge. Wir kommen nun zum wichtigen Punkt der lokalen und regionalen Demokratie in Deutschland. Wie Sie sehen, ist es auch immer wichtig, dass wir uns mit den Fragen auch der regionalen und lokalen Demokratie in jenen Ländern beschäftigen, die ein hochentwickeltes demokratisches System haben, das nicht nur auf nationaler, sondern auch auf regionaler und lokaler Ebene vorhanden ist, wie auch auf administrative Ebene wie in Deutschland. Und ich freue mich, dass wir hier eine sehr kompetente Berichterstatterin haben. Und ich darf Frau Britt-Marie Löfgren ersuchen, ihre Ausführungen zu machen. Frau Löfgren, ich erteile Ihnen das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Möte Herr Präsident der Parlamentarien, in seinem Land und auch im Vorstand des OSCE-Parlamentarischen Assemblies. Das ist deshalb warum er nicht hier heute heute. Ich danke ihn für seine Unterstützung und wünsche ihm ihm sein Erfolg in seinen neuen Funktionen. Wir schlafen uns ebenso in unser Arbeit von Professor Zoltan Sante vom Hungary, ein Konsultant und Mitglied von unserer Partnern und die wählen aus der Unabhängenden Experten. Ich bedanke mich auch für den excellente Arbeit er hat getan. Deutschland's federal system ist ein sehr interessantes, aber eher kompliziertes. Wir besuchten Deutschland twice im Jahr 2011. Im Juni ging wir zu Berlin, Frankfurt-Under-Oder und Potsdam, alle in der Region Brandenburg. In September, wir besuchten die Westenländer, Nordrhein-Westfalia, Hesse und Baden-Württemberg. Es war notwendig, um den besuchten in zwei Teilen zu besuchten, besuchten so viele wie wir können, weil das System ist komplex und braucht eine komparativste Beziehung. Ich will nicht lesen alle die Autoren, die uns lieblich besuchten und diskutieren, mit uns, weil die Liste so lange ist, und Sie haben es am Ende des Rapporten. Wir besuchten mit allen Regeln, federale und regionale Parlamentsmitglieder, Majors, Stadtkanzler, Repräsentationen von verschiedenen Körtern, Assoziations, Experten und Ombudsman. Meine erste Beziehung wird, dass Deutschland ein hoher Standard für die Unterstützung von localen Autoren, recognizing both in ihren federalen und regionalen Konstitutionen, das Recht zu selbstverwenden der Kommunen. Sie haben eine große Herausforderung in Beziehung und Beziehung mit den Regeln, die von der Kongressen, nach ihrer Monitoring von localen Regeln, in 1999. Sie haben die Prinzipien der Finanzierung in allen Länder-Konstitutionen implementiert. Zweifel, Sie sehen, dass unser Report mehr auf die Beziehung zwischen den Regionen und den Kommunen als die Beziehung zwischen den Föderationen und den Länder. In Deutschland, die Beziehung der Beziehung und die Beziehung von Fonds verabschiedet werden in den Räumen der Länder. Und in diesem Sinne, die Beziehung der Beziehung ist ein regionales Thema. Es gibt aber viel zwischen den Föderationen und den Länder, die uns interessiert sind. Und in meiner Meinung nach, sollte das in den nächsten Reporten auf Deutschland sein, um das Bild zu erreichen. In meiner Meinung nach, sollte das in den nächsten Reporten auf Deutschland sein, um das Bild zu erreichen. Die Beziehung der Beziehung der Beziehung der Beziehung in Deutschland ist besser als andere. Aber ich muss sagen, dass die Beziehung der Beziehung der Beziehung der Beziehung nicht mehr ist. Es gibt verschiedene Gründe für das. Die soziale Beziehung der Beziehung hat sich auf die Beziehung. Es gibt Strukturelle Deficier in der Finanzierung der Beziehung der Beziehung und eine Verkaufnahme zwischen ihnen. Many Länder have not set up practical guarantees for necessary financing, although they have accepted the principle in their constitutions. We have also noted that as regards the participatory rights of associations of local authorities, some improvement at the regional level would be welcome. Their participation could be strengthened, for example by inscribing it in the procedural rules of regional parliaments. One other specific problems concern an administrative level of government called the crisis or the countries. As you may know, Germany has made the declaration in 1988 when it ratified the Charter, excluding Article 9, Paragraf 3, of the Charter from its commitments. The reason behind this concern is that this level of government does not have the right to impose taxes directly beyond the available and rather insignificant taxes. It is an objective of our Congress to extend the scope of the Charter to all entities that have direct political legitimacy and to ensure the financial independence of local authorities. As far as far as we could see, the crisis belong in this category, and we believe that it would be a positive development if some consideration was given to bringing the crisis into line with the Charter's conception of local authority independence. We understand that this would require careful handling so as not to infringe upon the finances of municipalities under crisis administration. In our recommendation, we have focused on three topics, finances, consultation, and full compliance with the Charter. In the field of financing, we propose that the German authorities allow local authorities to participate in the decision-making process when the structure and the yield of taxes at local level are concerned. We also underline that local authorities should be provided with adequate financial means so they can use these resources. Regarding adequate financing for delegated tasks, we recommend that the German authorities set standards and criteria so that the whole financial calculation process becomes important. They could also reinforce a framework of this principle with real planning mechanism. As for the association of local authorities and their participation in the decision-making processes in areas that have an impact on local self-government, we recommend the government to institutionalize the participatory rights of association of local authorities, both at federal and state level. This could be done, for example, by inscribing them in the standing orders of both the federal and the land parliaments. Concerning the extension of the charter provision to the crisis, which I have just mentioned, we invite the authorities to consider this. Is it necessary to keep the existing structure and the reservation to the charter? Or could counties be granted the right to impose taxes directly? As I have already said, this should be done in such a way that the revenues of the municipalities affiliated to the counties must not suffer. After all, our objective is not to create new and more problems, but to develop local autonomy as a whole. Finally, we have invited the German authorities to sign and ratify in the near future with a digital protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affair of local authority. Colleagues, the Monitoring Committee approved the preliminary draft recommendation at its last meeting in Stockholm. And I hope that you will be in a position to adopt this recommendation as well with the proposal of amendments that I would like to submit to your vote and which I think reflects better the existence of the declaration formulated by Germany regarding the scope of applications of Article 9, Paragraph 3 of the Charter. At last, I would like to address a special thanks to the Co-Secretary of the Monitoring Committee of the Congress, Mrs. Sedev Konkuchak, and her work with this report. I thank you, Mr. President, I thank you for your attention. Danke für Ihren Bericht, Frau Löfgren. Ich danke auch unserem Kollegen Sanchez Amor, der ja, wie gesagt, Mitglied des Spanischen Parlamentes wurde. Ich darf das Wort nunmehr Herrn Günther Krug erteilen, dem Delegationsleiter der Deutschen Delegation. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Britt Löfgren, Sie haben sehr anschaulich dargelegt, welche Fülle von Material, aber auch welche Vorausforderungen für den Monitoringbericht bestanden haben. Sie haben viele Anregungen gegeben, wir haben das alles sehr diskutiert und ich kann nur sagen, in der Tat ist Deutschland durch sein föderales System und die oft sehr unterschiedlichen Regelungen in den Ländern eine ganz besondere Aufgabe. Wir wissen das und deswegen sage ich auch ganz herzlichen Dank, besonders an Sie, aber auch an das Sekretariat und an den Experten, der ja heute leider nicht da ist. Sie haben sich einer sehr komplizierten Materie angenommen, die auch leider dadurch nicht einfacher wurde, weil Amor Sanchez seine neue Aufgabe übernommen hat. Insgesamt haben wir aber von der Deutschen Delegation auch als Begleitung, und das war ja eigentlich auch sehr schön, dann vor Ort erlebt, wie umfassend und tiefgründig das Monitoring des Kongresses ist. Das war eine tolle Lerngeschichte auch für uns mit und welch wichtige Anstöße man im eigenen Land durch solch einen Monitoringbericht erhalten kann. Der Blick von außen gibt neue Anregungen und das ist sehr wertvoll und viele Details in dem Bericht geben nun eine komplexe Erläuterung sehr komplizierter Strukturen. Es ist im Zuge der Erstellung des heute vorliegenden Textes auch vieles an Veränderungen bereits schon vorgenommen. Vielen Dank auch an den Monitoring-Ausschuss. Aber einige weitere Änderungswünsche werden meine Kolleginnen der Delegation noch vortraten. Und Britt Löffgen hat ja in ihrer Rede auch Änderungen bereits angekündigt und Weiterführungen noch zugelassen. Da, wo es um Klarstellungen geht und wo Wertungsänderungen nicht beeinflusst werden. Das Memorandum, liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt ist eine wirklich tolle Arbeit. Sie ist hilfreich für unsere weitere Arbeit vor Ort und sie ist ein guter Referenzrahmen, der gewiss den angekündigten Fortsetzungen, die wir ja sehr dankbar so entgegennehmen, gut möglich macht. Der Monitoring-Bericht ist auch der erste Bericht zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland. Das ist also eine wirklich, na, wollen wir sagen, weiterführende Arbeit. Ich danke nochmals allen herzlich, die daran gewirkt haben. Danke für die gute Kooperation und denke, wir haben damit auch eine gute Grundlage für die weitere Diskussion hier. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krug. Damit, mir liegt keine weitere Wortmeldung vor, aber wie Sie bereits angekündigt haben, werden sich eine Reihe von Rednern melden zu den Abänderungsanträgen. Es liegen mir insgesamt sechs Abänderungsanträge vor. Und ich darf Frau Löfgren fragen, ob Sie Herrn Krug antworten will, oder ob Sie bereits die erste Abänderungsanträge vorangehen möchten. Herr Krug antworten will, Herr Krug antworten, oder ob Sie nur die Abänderungsanträge vorangehen? Vielen Dank, Herr Krug antworten, Herr Krug antworten, und danke, Herr Krug antworten, für Ihre Unterstützung. Herr Krug antworten, 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 und Sie haben nur angekündigt. Sie haben zuerst angekündigt, Sie selbst wollen einen Abänderungsantrag einreichen und dazu würde ich Sie einladen, diesen Abänderungsantrag vorzubringen. Okay, sorry Mr. President, this is a mistake, yes. Okay, dann darf ich aufrufen, Frau Brigitte Lösch den Abänderungsantrag Nummer 1 vorzutragen. Bitte, Frau Lösch. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich erstmal auch ganz herzlich bedanken für diesen Bericht, der sich ja die Mühe gemacht hat, die Situation der kommunalen Selbstverwaltung in all ihren Unterschiedlichkeiten zu untersuchen. Ein schwieriges Unterfangen, wie es sich im Laufe des Berichts ja auch gezeigt hat. Dieser Bericht ist ja das erste allgemeine Monitoring zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung für Deutschland. Und das Ziel des Berichts war, die Unterschiedlichkeit der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in Deutschland zu beschreiben. Ich selber durfte im September im letzten Jahr auch ein Gespräch mit der Monitoring-Gruppe haben als Landtagsvizepräsidentin von Baden-Württemberg. Natürlich aus Sicht der regionalen Ebene in einem Bundesland, das gerade eine Wahl hinter sich hatte und jetzt mit Winfried Kretschmann auch den ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland, wahrscheinlich auch europaweit stellt. Im Mittelpunkt stand übrigens verschiedene Modelle der Bürgerbeteiligung als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie dazu. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich habe für einen Änderungsantrag. Ja bitte, sprechen Sie zum Änderungsantrag. Ja, ich spreche einfach weiter. Sie haben eine Minute Zeit. Eine. Sonst lasse ich nicht, sonst wird der Nächste aufgerufen zu haben. Entschuldigung, das war mir nicht klar, dass man eine Minute Zeit hat für einen Änderungsantrag. So, ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, dass der Bericht nicht nur bei mir eben einen sehr zwiespältigen Eindruck hinterlässt, weil eben die zentralen Punkte der Zusammenarbeit zwischen Bund, Länder und Kommunen nicht hinreichend erfasst worden sind. Und deshalb haben wir ja auch jetzt diesen Änderungsantrag eingebracht, der da bedeutet, dass die deutsche Delegation anregt, einen zweiten Monitoring-Bericht zu erstellen, der sich ausschließlich mit den Fragen der regionalen Demokratie beschäftigt. Deshalb sollte die Konzentration des vorliegenden Berichts auch im Titel zum Ausdruck kommen. Aus diesem Grunde schlagen wir eine Änderung des Titels vor, statt Local and Regional Democracy in German, den neuen Titel eben nur lokale Demokratie. Herzlichen Dank. Sie haben den Änderungsantrag von Frau Lösch gehört. Wer wünscht gegen diesen Änderungsantrag das Wort ergreifen? Es scheint schlüssig zu sein, was hier Frau Lösch argumentiert hat. Bitte, Frau Berichterstatterin. One minute. Thank you very much, Mr. President, dear colleagues. I do not agree with this amendment, but I would suggest a change, which I hope you can agree about. If you look at paragraph 10 of the explanatum, you will see that I explain that the report focuses on mapping out the situation of the local authorities and their relation with the land governments, and their relation with the land governments, and the reason for this in the sense we do talk about the regions in our report. I therefore suggest that we keep the title as it is, but add part one, and in brackets after the title. We can add part two to the title of the next report, which will examine the relation between the land and the federal government. Those two reports would constitute the complete picture on Germany. Bitte, Frau Lösch, ich sehe also in Ihrer Wortmeldung einen Kompromissantrag, auch wenn er nicht formuliert war. Werden Sie mit diesem Kompromiss sein verstanden, Frau Lösch? Ich muss sagen, dass ich den Kompromissantrag nicht sehe, weil Sie gerade in der Ziffer... Wenn Sie den Kompromissantrag sehen, dann stimmen wir über Ihren Abänderungsantrag ab. Ich würde dann begründen... Wer für diesen Kompromissantrag ist, jeder hat noch einmal das Wort. Wer ist für diesen Antrag, Abänderungsantrag eins, der drücke eins. Wer dagegen ist, wie die Frau Berichterstatterin die Meinung ist, der drücke zwei. Wer sich enthält, drücke Nummer drei. Bitte. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir erwarten das Resultat. 34 sind für den Abänderungsantrag, 29 dagegen, 15 Enthaltungen, womit der Abänderungsantrag angenommen ist. Wir kommen zum Abänderungsantrag Nummer zwei. Ich rufe jetzt die Frau Gabriele Neff zum Bericht des Abänderungsantrags zwei auf. Frau Neff, bitte sprechen Sie nur den Abänderungsantrag vor. Eine Minute. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir, Herr Präsident, dass ich die Anträge zwei bis sechs in einem zusammenfasse, weil das einfacher ist. Wenn Sie das machen, dann haben Sie sechs Minuten. Dankeschön. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Deutschland ein sehr ausdifferenziertes und komplex aufgebautes Mehrebenensystem. Dieses in einem Bericht komprimiert zusammenzufassen, ist eine schwierige Aufgabe. Den Berichterstattern ist es gelungen, wesentliche Elemente der Verfassungsrealität in Deutschland darzustellen. Die Finanzsituation der Kommunen in Deutschland ist nach wie vor schwierig. Und dieses ist nicht allein der Finanzkrise geschuldet, sondern auch einer strukturellen Unterfinanzierung im System. Dieses spricht der Bericht auch an einigen Stellen an. Besonders freut es uns, dass der Bericht konstruktive Vorschläge macht. Wir begrüßen es sehr, dass der Bericht vorschlägt, Standards und Kriterien zur Einhaltung des Konnexitätsprinzips festzulegen und die Anhörungsrechte der kommunalen Spitzenverbände zu stärken. Das sind auch zentrale Forderungen unserer Städte, Gemeinden und Kreise in Deutschland. Die kommunale Selbstverwaltung in ihrer starken Ausprägung wird gerade auch von den Bürgerinnen und Bürgern als hohes Gut wahrgenommen. Denn hier leben sie und hier, so empfinden viele von ihnen, treffen sie auf ihren Staat in Form von ihrer Stadt, Gemeinde oder Kreis. Der Bericht kann den Kommunen in Deutschland eine große Hilfe sein, ihre Rechte gegenüber Bundes- und Landesregierungen zu stärken. Er kann uns als weiteres Argument in der Diskussion dienen, um die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland zu stärken. Aus diesem Grund haben wir die vorliegenden Änderungsanträge eingebracht. Die Anträge 2 bis 5 sollen die im Bericht aufgestellten Schlussfolgerungen konkretisieren, ohne dass sie in ihrer Zielrichtung und inhaltlichen Aussage geändert werden, damit wir sie als Argument zu Hause in Deutschland verwenden können. Lassen Sie mich kurz etwas zu den einzelnen Anträgen sagen. Bezüglich des Antrags 2, der sich auf das Konnexitätsprinzip bezieht, möchten wir darauf hinweisen, dass hier wahrscheinlich bei der englischen Fassung, die ich gesehen habe, ein redaktionelles Versehen unterlaufen ist. Bei der deutschen Fassung ist es richtig gefasst. Wir möchten vorschlagen, die Nummer 5c des Empfehlungsentwurfs zu streichen. Das möchten wir eben nicht vorschlagen, sondern wir möchten vorschlagen, die Nummer 5b, die sich mit dem Konnexitätsprinzip befasst, zu ergänzen. Bitte, was sagt die Berichterstatterin dazu? Sind Sie einverstanden oder dagegen? Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu sprechen über die Änderung 2, ich glaube, mit der Änderung 2, aber ich würde sagen, dass ich die zwei Punkte aus den Städten für stylische Gründe bezieht. Ein von der Hauptgründe für den Städten für den Städten für die Lokale Anfragen liegt in dem Fakt, dass sie nicht zufrieden von den Städten für den Städten für die Änderung 1. In return for the responsibilities assigned to them, der Prinzip von Konkommittentfinanzierung ist nicht immer zufrieden. Bitte, sind Sie da für oder sind Sie da? Entschuldigung, Sie sind dagegen. Are you in favor to the amendment to the against? Yes, I'm for it, but we would like to change the Swiss recents. We don't have the chance to change. Okay. Wir stimmen jetzt ab. Okay. Wir stimmen jetzt ab darüber. Wer ist für den Abänderungsantrag Nummer 2? Die Berichterstatterin ist auch mit Einschränkungen dafür. Der drücke Nummer 1. Wer dagegen ist Nummer 2? Wer sich enthält Nummer 3? Die Abstimmung ist offen. Das ist geschlossen. Es sind 51 dafür, 16 dagegen. Damit ist der Abänderungsantrag Nummer 2 angenommen. Abänderungsantrag Nummer 3. Bitte berichten Sie, Frau Lösch. Nein, Frau Neff. 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 Im dritten Änderungsantrag, der Ihnen vorliegt, schlagen wir die Änderung vor, da die vorherige Formulierung etwas missverständlich war. Auch wenn die kommunalen Spitzenverbände bereits in den Geschäftsordnungen der Bundesministerien des Bundestages und auf Landesebenen Anhörungsrechte haben, fehlt es aber an einer verfassungsmäßigen Garantie, die den kommunalen Spitzenverbänden weitergehende Klagerechte bei Verletzungen der Anhörungsrechte einräumen würde. Oftmals gehen Meinungen zwischen Stadt und Kommunen darüber, was kommunal relevant ist, auseinander. In der Geschäftsordnung des Bundestages ist derzeit eine Änderung vorgesehen, wonach die kommunalen Spitzenverbände ein etwas besseres Anhörungsrecht bekommen sollen. Insoweit ist diese Neuerung ganz aktuell. Der Bericht sollte aufgrund dieser wirklich ganz neuen Entwicklung, die sich erst in den letzten Wochen ergeben hat, daher etwas angepasst werden. Die modernisierte Ausgestaltung der Anhörungsrechte im Bundestag ist sicherlich schon einmal gut, aber wichtig ist auch, dass die Regelungen so ausgestaltet sind, dass es sich nicht um leere Worte handelt. Das haben die Berichterstatter ja auch selbst im erläuterten Bericht ausgeführt. So steht in vielen dieser Geschäftsordnungen, dass... Wie heißt jetzt der Abänderungsantrag? Ja, das ist der Nummer drei. Das ist der Abänderungsantrag Nummer drei. Das ist der 5c, der wie folgt geändert wird. Es ist notwendig, die Beteiligungsrechte der Kommunalverbände zu stärken, denn obwohl der Modus der Konsultation mit diesen Verbänden in den Verfassungsvorschriften der Bundesregierung förmlich anerkannt ist, fehlt eine Regelung in den Verfassungsvorschriften des Bundesrates und eine institutionelle Absicherung in der Verfassung. Deswegen sollte ein Anhörungsrecht der Kommunalverbände auf Bundes- und Landesebene im Grundgesetz und in den Landesverfassungen verankert werden. Die Anhörungsrechte in den Geschäftsordnungen der Bundesregierung und des Bundestages müssen in der praktischen Ausgestaltung gestärkt werden. Was sagt die Berichterstatterin? Sind Sie dafür oder dagegen? Sie können begründen, warum Sie dagegen sind und Sie können begründen, warum Sie dafür sind. To make it very short, Mr. President, I agree about Amendment number three. On Amendment number four, this is easy for me to agree about because I have a proposal myself. Bitte, wir sind jetzt nur bei drei. Bei drei ist die Berichterstatterin einverstanden. Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung. Wer dafür den Abänderungsantrag ist, dem auch die Berichterstatterin zustimmt, der stimmt mit eins. Wer dagegen ist mit zwei. Wer sich enthält mit drei. Die Abstimmung ist offen. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben 68 pro, sechs Nein, vier Enthaltungen. Damit ist der Abänderungsantrag drei angenommen. Wir kommen zum Abänderungsantrag vier. Eine Minute für die Begründung, dann bereits den Abänderungsantrag, bitte. Ich möchte zuerst auf Antrag fünf kommen. Sie müssen jetzt zum Antrag vier reden. Gut, dann komme ich auf Antrag vier. Bei Anträgen vier ist dieselbe Thematik. Ich wollte es zwar mit sechs zusammenfassen, aber dann nehme ich es jetzt auf vier, was sich hinterher auf sechs bezieht. Ich möchte, dass im Antrag vier heißt, dass wir den Absatz 5d streichen, und zwar mit der Begründung, die Kreise werden umlagefinanziert, die Erhebung einer eigenen Kreissteuer würde die Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen schmälern. Es entspricht nicht dem Grundgedanken der Verfassung, dass Kreise eigene Steuern erheben. Dieses ist in der Natur des Verhältnisses der Gemeinden zu den Gemeindeverbänden begründet, da die Kreise im Wesentlichen abgeleitete Rechte und keine eigenen wahrnehmen. Sie haben eine Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion dort, wo die Städte und Gemeinden aufgrund der örtlichen Begebenheiten ihre Aufgaben nur schwer wahrnehmen können. Da möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, was die Berichterstatterin sagt. Nein, Sie können nicht mehr darauf zurückkommen, die Berichterstatterin kommt darauf zurück. Stimmen Sie diesem Abänderungsantrag zu oder sind Sie dagegen? Sie haben gehört, die Berichterstatterin stimmt diesem Antrag zu. Die Abstimmung ist eröffnet. Eins, ja, zwei, nein, drei Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. 67 Pro, drei, nein, sechs Enthaltungen. Damit ist der Abänderungsantrag 4 mit großer Mehrheit angenommen. Zum Abänderungsantrag Nummer 5 erteile ich Frau Neff das Wort. Bitte, Sie haben das Wort. So, der Antrag Nummer 5 bezieht sich auf die gleichen Aspekte wie in der Begründung von Antrag Nummer 3. Und darauf verweise ich. Der Abänderungsantrag 5 lautet, 6c wird wie folgt geändert, die Beteiligungsrechte der Kommunalverbände durch Verankerung in den Geschäftsordnungen des Bundesrates und in der Verfassung zu institutionalisieren und sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene zu stärken. Frau Bech, der Stadtritt, bitte. I'm in favor of this. Thank you. Die Berichterstatterin ist dafür. Dann eröffne ich die Abstimmung. Eins, ja, zwei, nein, drei Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. 69 dafür, zwei dagegen, vier Enthaltungen. Damit ist auch der Abänderungsantrag 5 mit großer Mehrheit angenommen. Ich erteile das Wort zum Abänderungsantrag Nummer 6. Frau Gabriele Neff, Sie haben das Wort. Der Abänderungsantrag 6 beinhaltet den Absatz 6d zu streichen mit der gleichen Begründung wie bei Antrag Nummer 4, eben wegen der, dass keine Steuer erhoben werden kann. Ich nehme an, die Berichterstatterin stimmt zu. Jawohl, vielen Dank, Frau Löffgren. Damit haben wir, kommen wir zur Abstimmung Nummer 6. Wer dafür ist, eins. Wer dagegen ist, zwei. Wer sich enthält, frei. Danke. Die Abstimmung ist geschlossen. 64 ja, 4 nein, 4 Enthaltungen. Auch dieser Abänderungsantrag ist mit großer Mehrheit angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Empfehlung. Wir wollen nun, wer will, ja, wir kommen zur Empfehlung. Ich möchte vorerst noch vielleicht dem Herrn Lars Mollin das Wort erteilen, wenn er das wünscht. Nicht? Lars Mollin verzichtet. Vielen herzlichen Dank. Dann stimmen wir nun über die Empfehlung ab. Wer für die Empfehlung ist, eins. Wer dagegen ist, zwei. Wer sich enthält, drei. Die Abstimmung ist offen. So, ist geschlossen. Das Ergebnis 73 ja, zwei nein, drei Enthaltungen. Damit ist diese Empfehlung enthalten im Dokument CG22 mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen. Wir haben nun diesen schwierigen Punkt abgeschlossen. Wir kommen nun, wo ist der Präsident ist. Ich möchte mich bei der Berichterstatterin sehr herzlich bedanken und muss mich bei Ihnen allen entschuldigen, dass ich jetzt etwas hetzen musste. Denn jetzt kommen die Ehrungen und wir müssen spätestens um halb sieben Uhr Schluss machen. Und die geehrten Personen sollten wir heute schon entsprechend würdigen. Der Herr Präsident Keith Mitmoor ist gekommen. Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you very much. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. 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 Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is a very pleasing part of the Congress. Allow me to proceed with the awarding of the Congress Medal to two of our honorary members. First I'll speak very briefly about our two colleagues who are being honoured today and then invite them to take the floor one by one. And then finally I shall invite our honorary members to join me in front of the podium so you can receive medals and of course have a photograph taken as well. Our first medal is going to be awarded to my old friend and colleague, Hans-Jurich Sturkling, former Vice President of the Congress, an eminent member of the Congress, my immediate predecessor as the Chair of the Institutional Committee, a lawyer by trade. Mr Sturkling was President of the Council of Jonah in Switzerland and State Councillor of the Canton of St Gallen. Hans-Jurich, for 20 years you've invested your energy and efforts in the education sector and in vocational training. As for the Congress, we've all very much benefited from your skills as an orator, your energy and enthusiasm in promoting the Congress's cause of regional first and foremost, but of course also local democracy as well. And I want to thank you most sincerely on behalf of the Congress for the contribution that you've made to our work. As I've said, you held office as the President of the Institutional Committee and were rapporteur on local and regional democracy, heavily involved in monitoring visits to my country, the United Kingdom, the Netherlands, the Russian Federation. And your influence within the Canton has allowed the group of independent experts to meet in St Gallen for five years, offering ideal conditions for in-depth work. And members of that group will certainly remember your generous hospitality for a very, very long time. It is great pleasure that shortly I'll give you the medal on behalf of the Congress, but now you have the floor. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Dear colleagues and colleagues, I'm very happy to take the presentation today. My first meeting with the European Parliament was at the end of the 1950s, as I was a of the European Parliament in a New York Parliament, I spoke to myself in a conference of the European Parliament that the Schweiz should be in the European Parliament. I was then after a member of the member of the committee for the committee for the rest of the Committee. And several years later, as a member of the government of the Parliament of St Gallen, I was then actually kind of a chance to be in the Congress after the blewn, well, I was Beitritts der Schweiz zum EWR, haben unsere französischsprachigen Kollegen uns gesagt, Deutschschweizer, ihr solltet euch etwas mehr für Europa einsetzen. Es war gerade ein Posten im Kongress frei. Ich habe nur gefragt, wie viel Zeit braucht das und war bereits gewählt. Man hat mir allerdings damals gesagt, das seien etwa zweimal Sitzungen und vielmehr nicht. Es war dann viel mehr, aber ich habe es nie bereut, hier dabei zu sein. Der Präsident hat in seiner sehr schmeichelhaften Ansprache bereits darauf hingewiesen, dass ich verschiedentlich Rapporteur war, die institutionelle Kommission präsidiert habe. Ich möchte drei Erlebnisse hier ganz kurz erwähnen. Das erste, nach dem Fall der Berliner Mauer kamen die ehemaligen Ostblockstaaten in den Kongress oder in den Europarat. Ich konnte mir als Schüler nie vorstellen, dass ich einmal in diesen Staaten über Demokratie mit unseren Kollegen diskutieren konnte. Das war ein eindrückliches Erlebnis. Es war auch eindrücklich festzustellen, wie, Entschuldigung, begierig unsere Kolleginnen und Kollegen aus diesen Staaten die Erfahrungen mit Demokratie gesucht haben. Heute ist das selbstverständlich. Heute sind sie, ich darf so sagen, normale Mitglieder des Europarates. Das zweite war der Besuch in Holland, in den Niederlanden. Damals war die grosse Diskussion über das Stimmrecht der von der Königin ernannten Bürgermeister und Gouverneure der Provinzen. Es war eine relativ heftige Diskussion. Ich selber war etwas unter Beschuss, weil die Schweiz damals die Konvention über die lokale Demokratie noch nicht unterschrieben hatte. Und die Medien in den Niederlanden haben mich dann ziemlich stark kritisiert, weil ich mich für lokale Demokratie in den Niederlanden eingesetzt habe. Die Schweiz hat dann nachher mitgemacht. Das dritte, das ich erwähnen möchte, war die Mission in der Türkei. Es war eindrücklich mitzuerleben, die Entwicklung in verschiedenen Phasen in der Türkei. Und ich profitiere heute noch davon, indem ich ein ganz anderes Bild von der Türkei erhalten habe, als das oft in den Medien, in den deutschsprachigen Medien, in allen deutschsprachigen Ländern gebracht wird. Und ich glaube, das gehört auch zum Europarat und zum Kongress, dass man auch andere Seiten sieht, als man nur aus den Medien entnimmt und dass das Verständnis für andere Länder wächst. Ich freue mich darüber, dass der Kongress, seitdem ich eingetreten bin und auch wieder seitdem ich ausgetreten bin, immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ich habe den Eindruck, dass die Politik des Beschränkens auf das Wesentliche, heute haben sie zwar anders entschieden, aber die Beschränkung auf die Kernkompetenzen des Europarates richtig war. Ich glaube, dass regionale und kommunale Demokratie wichtige Voraussetzungen für Demokratie in den Ländern sind und hoffe, dass die Arbeit des Kongress weiterhin Früchte trägt. Ihnen alle wünsche ich, dass Sie einmal den Kongress mit den gleichen guten Gefühlen verlassen, wie das bei mir war und dass auch Sie auf interessante Erlebnisse zurückblicken konnten. Nochmals herzlichen Dank, lieber Kies, für die netten Worte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. And now, I have the honor of introducing Mr. Buland Tudali Glu, who is also being awarded the medal today. You have been a member of the Congress for a decade, from 1994 when Congress took over from the old standing conference to 2004 as part of the Turkish national delegation. You were also an active member of the Chamber of Regional Authorities while you served on the Provincial Council of the beautiful city of Izmir. You have made valuable contributions to the Institutional Committee and also the Culture and Education Committee. And I note that you have been held in the Aegean region as one of the most important figures, researching and promoting a folk culture and dances. A demonstration maybe to members a little later on. You are also a fervent believer in the local authorities' role in providing services to citizens. And I know of your continuing work in administration as the General Secretary and Coordinator of the Disaster Coordination Centre. So it is a great pleasure for me to award this honorary membership medal to you as well, and to express our appreciation of your commitment to promoting local self-government. And I invite you, Mr. Tuna Alokulu, to now also take the floor. Mr. President, dear Congress members, ladies and gentlemen, I am honoured to accept the Congress medal and the honourary membership between the years 1994 to 2004. During my ten years' membership to the Turkish delegation, as well as the Congress, the Chamber of Regional Authorities, I have been active socialist group and in some working groups. I am also privileged to be the first member from the Republic of Turkey to accept this honour. Moreover, I am delighted to see my dynamic city, Izmir, where I live with an 8,000-year long history encompassing different cultures and religions, becoming a candidate for 2020 Expo as it deserves to be. With your support, Izmir can host Expo as a model European city. I am very glad to be under this roof of the hemicycle after so many years. I would like to thank the President of the Congress, Honourable Mr. Keith Whitmore, and the Vice President of the Congress, the President of Turkish Delegation, and my dear friend, Mrs. Gaya Dohanoglu, with whom I had the pleasure to work with for many years. I wish all the best and success to the Congress members representing their countries, and I hope that you too can experience the excitement of this privilege. Thank you for your attention. Thank you, everybody. Thank you, President. Well, colleagues, just please come forward. I am now going to present the medals. Can I ask you all to remain in your seats during the ceremony, and then I shall formally close the sitting from the lectern? Thank you. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Mr. Smith. Vielen Dank. Vielen Dank. So, colleagues, that's always a pleasure to do. The next and last sitting of the Congress will be at 9.30 in the morning. Can I remind all delegates to leave their voting keypads on their desks? And the sitting is now closed. Thank you. 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 Thank you.